Jetzt geben wir voll Gas, zocke mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocke mit Herz. Ich bin weiter Harry Potter, der Feuerkelch. Ich wollte jetzt, ne, ich hab jetzt schon das andere gemacht, was ich gesagt hatte. Da musste ich nur einmal hinten rumrennen und runter. Hab das eingesammelt, war auch ein großes Schild. Ich dachte, wir sind jetzt gut dabei, ne? Haltet euch fest. Aber Fakt ist, ich hatte mit den Sammelkarten recht, ne? Also wenn da links in dem Boden eine Eins steht, dann haben wir schon Tausend und dann können wir die ausgeben, denn wer schlittert irgendwann die Eins und dann ist wieder die reguläre Zahl. Aber, ja, müssen wir ja hier gucken. Oh, ich freu mich, wenn ich das so durch euch... Ja, das ist so sinnfrei, tausendmal die Level mit tausend Ladezeiten zu spielen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's halt wirklich nicht. Ich versteh's halt wirklich nicht, ne? Also es ist halt... Ich glaub, hier sind wir... Ach, keine Ahnung. Also ich weiß, wo hier noch eins ist. Da oben. Ich weiß aber nicht, ob wir da hochkommen jetzt. Ansonsten, ja, Drachen auf Gold versuchen. Ansonsten hab ich keine Ahnung. Oder die Mad-Eye-Aufgaben mal machen, ne? Reicht das? Entschuldigung nicht, ne? Ah, jetzt ist so ein Stein da. Ah. Geht's da jetzt auch lang? Oh je, kannst du endlich mal mit deinem Boden aufhören, Ron? Reicht das jetzt? Ich glaub nicht, ne? Oder? Wir werden sehen. Ja, gleich, cool. Ja, dann haben wir schon mal eins. Das ist schon mal nice. Ich glaub, hier war ganz zum Anfang noch eins, ne? Da weiß ich aber nicht, wie wir da rankommen oder kamen. Oder? Waren da... Da waren noch so eine andersfarbigen Pflanzen, die so spritzen, ne? Die kommen, glaub ich, nicht so gespritzt, aber die kommt man nicht ziehen. Kann das sein? Hm. Ich weiß, ich hab eigentlich gar keine Lust. Ich müsste dann den Drachen mal offscreen machen. Und das... Ah, ne, jawohl, wenn ich's dann schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte. Ich glaube nicht. Aber ich wollte nicht drei, vier Folgen mal, wie ich da dran doktor, wisst ihr? Hm. Hm, das ist echt tricky. Das nervt mich schon kaum noch. Ich find's einfach nur richtig dumm und blödsinnig, wie ein Spiel dadurch in die Todeslänge gestreckt wird dadurch, ne? Und ich glaube, wir brauchen dann für das letzte Level wirklich alle. Ich hab so fleißig eingesammelt. Das räuchte nicht, ne? Aber weißt du was? Komm, wir machen mal Modis Herausforderung jetzt. Mal gucken, wie leicht wir das schaffen. Ja, mal gucken. Ob es wirklich nur Bohnen gibt und wenn, wie viele. Ich hoffe, die anderen kriegen dann auch noch was ab. Cool, obwohl, ach, keine Ahnung. Wenn's hier auch Schilder geben würde, wisst ihr? Das wär ja ein Zick. Mal gucken, wie schnell wir die jetzt kaputt machen. Ansonsten müsste man die eigentlich alle rüberfeuern, wisst ihr? Also alle, pst. Mal gucken, wie schnell wir die jetzt ficken. Immer schön raufhalten. Das Ding war für ein paar tausendmal schneller tot als beim allerersten Mal Aber das habt ihr glaube ich nicht gesehen weil ich ja schwachsinnig war Aua Hallo Ich weiß nicht nochmal was wir hier sammeln mussten das weiß ich gar nicht mehr Aber was sollen wir es nicht schaffen was man hier machen könnte das wählen dass man die Sumpfkradler schneller tötet wisst ihr? Mal gucken Ich weiß gar nicht mehr wie viel wir brauchen von dem Scheiß und behaunig weil ich da ja habe auch Ich bin jetzt nicht doch Ich bin jetzt Ich bin jetzt Jetzt haben wir auf einmal so schnell 2 gekriegt, ich weiß nicht, ich muss einer die hochnehmen und dann raufballern. Keine Ahnung. Ja, also der muss anscheinend hochgehoben werden und dann, äh, es hat nicht für Bronze gereicht. Äh, fickt euch, komm, alter, ne, nicht nochmal schön zeitverschörendet, coole Sache. Also wie gesagt, wahrscheinlich werden wir dieses Krattler-Zeugs sagen, ne, nehmen, dann kriegen wir die Schnelle. Neue Karten, gibt es dafür auch Schilder? Hm, aber kurz davor, alter, ich hab alles gegeben, alter, und bin schon so aufgepimpt. Reicht nicht. Neue Karten, gibt es dafür auch Schilder-Zeugs, 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 Schilder-Zeugs. Warte mal, warte mal. Oh Gott, das Gelände. Oder war das hier? Wir hatten doch, es müsste ja dann hier gewesen sein, oder? Na komm, ich mach das nochmal. Also, wir können nochmal bei dem, bei dem Badezimmer gucken, da, wenn wir unten rechts lang gehen. Aber bei mir war so, als wenn hier auch Wasser war, wo wir da so zaubern konnten. Also, wo wir jetzt die Pflanzen zum Blühen bringen können. Das ist schön. Oh, der Harry, bist du ein dummer Stück, scheiße. Hm, ich weiß jetzt gerade nicht. Wo lang? Was ist das für richtig? Ich glaube, ne? Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ja, dann mach. Oh, Alter. Es kommt keiner, dann steht Harry zu nah dran, Alter. Ich könnte kotzen, Alter. So, ich geh nochmal hinten gucken. Haben wir das doch schon? Ich guck nochmal hinten. Ja, hier war eins, genau. Wir gucken. Ich weiß ja nicht, ob hier noch eins war. Das weiß ich echt nicht. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Hier war kein zweiter, ne? Ja. Ja, hat sehr viel gebracht, muss ich schon sagen. Verbotener Wald war noch irgendwas... Hallo? Nee, anscheinend nicht. So, und jetzt führt noch eins. Gehen wir in Kräuterkunde gucken oder versuche ich das Rennen? Wenn ich jetzt wüsste, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Weil ich, glaube ich, würde mir das nicht angucken. Oh, Alter. Ah, scheiße. Hm. Das ist echt ne gute Frage, da. Hm. Hm. ich gucke also ich mache ich mache jetzt ja nix der neue neues kann ich sowieso nicht also ich gehe jetzt noch mal da unten rechts gucken fix so lang gucken und dann mache ich entweder drache oder ok gut das ist aussteigen wird wahrscheinlich immer zu zweit oder zu dritt spielt oder also zu zweit denke ich eher zu dritt glaube ich ging das spiel noch nicht oder ich habe keine zeit mehr und dann muss man alleine spielt wisst ihr geschickt null karten zeit verschwender gut dann drachen eine kräuterkunde da kriegen wir höchstens ein schild ich glaube das müsste dann schon reichen ich probiere drachen kommen jolo wir machen so wenn ich nicht macht gucken wie lange einmal dauert und wenn ich das also je nachdem wie lange das dauert wenn ich dann ein paar versuche die folge machen das nicht schaffe dann war ich auf screen je nachdem wie viele versuche ich schaffe also runter ist runter hoch ist hoch runter ist runter hoch ist hoch das ist beschleunigen ich drücke doch schon eine 1 na verfehlt scheiße Oha. Also man müsste es zählen. Ich habe jetzt einen nicht getroffen. Das merke ich mir aber nicht. Hier den einen verfehle ich sowieso. Oh, habe ich gekriegt? Nice. Habe ich den verfehlt? Ja, den habe ich verfehlt. Den kriege ich nicht. Den auch nicht, glaube ich. Ist auch, glaube ich, gut so, dass man den nicht kriegt. Also ich habe... Ah, scheiße. Ich glaube, ich habe... Da wird man langsam. Ja, ja. Ich habe zwei verfehlt auf jeden Fall schon. Zwei habe ich verfehlt und zweimal bin ich doll irgendwo gegen gedonnert. Er hat das jetzt eingesammelt? Weiß ich nicht. Scheiße, ne? Ah, scheiße. Da, den habe ich verfehlt dadurch. Bitte, 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 bitte. Zwei, zwei, drei, zwei, zwei, 23. Ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, komm. Einmal machen wir noch. Da kann ich gleich Neustart machen, ne? Also ich habe zum Anfang ja die einen, den einen oder zwei verfehlt. Einen, ne? Ja. Äh, und zum Schluss da eine, also ein, zwei da sind echt dumm zu kriegen von, wenn man so weit nach außen rechts muss dafür. Na, gucken. Je nachdem, wenn jetzt meine Zeit ungefähr gleich bleibt, vielleicht ein bisschen besser wird. Okay, probiere es nochmal weiter. Ansonsten, äh, ja, Offscreen wahrscheinlich. Weil wenn ich jetzt schlechter werde, macht das keinen Sinn, dann sieht es nicht so aus, dass wenn ich das schaffe. Ah, das ist echt doch, dass man nicht neu starten kann, ne? Das ist halt echt blöd. Glaube ich zumindest, ne? Aber ich war eigentlich gleich so schlecht, ne? Wie gesagt, bei der Brücke da, na, was ist bei der Brücke da ein, zwei mal, wo ist hoch runter da ein, zwei mal gegen gedonnert? Dann ein Kreis zum Anfang. Alter, diese Ladezeiten, ne? Da dauert ja länger als das Wettrennen mit dem Drachen. Äh, Schnauze. Dann müsste ich schneller mit dem Besen fliegen oder so. Oh cool. Ja, mal gucken. Wenn es besser ist, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann Offscreen oder irgendwann später. Oder ich brauche es hoffentlich nicht. Also 2, 2, 3. Zum Anfang am besten gar keinen verpassen, was glaube ich nicht schaffbar ist. Oder nicht schaffbar ist doof. Aber schwierig. Sagen wir mal so. Aber ich gebe mein Bestes. Schaffbar ist alles. Aber es wäre auf jeden Fall einfacher für mich. Wenn man hoch ist hoch und runter ist runter. Aber wenn man es jetzt könnte, glaube ich, würde ich versagen. So, jetzt habe ich nicht gekriegt. Cool. Das ist schon mal scheiße. Ja. 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 So, also wieder einen nicht. Jetzt wird es wieder ugly. Na scheiße. Also 3 habe ich jetzt schon verfehlt. Nein. Nein. Da muss man aufpassen, dass man da echt nicht gegen ballert, Alter. 3 habe ich davon nicht eingesammelt und einmal gegen gedonnert. Limited-2, Alter. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin so zufrieden. Im Verstands sei es unter der Schloss zufrieden. ich weiß jetzt nicht wie viel zum schluss ich nicht eingesammelt habe aber 2 19 vielleicht hatte ich auch auf den versuch ich es geschafft habe wenn ich aufnehme ich darf zum anfang kein verfehl nur wogegen ist aber nicht so leicht nervt mich gerade so ein bisschen dass man auch nicht direkt neu starten kann oder wenn zum anfang gleich neu starten kann also sei wenn man schon ein zwei fehler gemacht hat dann muss man das zu ende fahren oder beenden und da kam es auch zu ende fahren weil die ladezeiten sind fast länger als das rennen aber das hatte ich eben schon mal gesagt und wundert euch nicht ich sitze eigentlich gerade also schulden sind nicht so krass so aber dadurch dass die kamera so also ich sitze links und die kamera kommt nach rechts sieht das jetzt ein bisschen verschoben aus müssen wir mal im internet angucken aber wollte ich ja nicht im internet angucken wie welche zeit man braucht und wie man am besten fliegt aber 2 19 das war schon eine gute zeit und wieder verbessert von 2 19 auf 2 von 223 auf 2 19 und zum anfang darf ich eigentlich kein verfehl und eigentlich auch nirgendwo gegendonnen den ersten schon das ist halt dumm es ist halt dumm man kann halt nichts dagegen sagen es ist dumm ich habe eigentlich versucht den präzise anzusteigen ich habe nicht gekriegt ich habe ihn nicht gekriegt komm ja ich mache jetzt noch ein oder zwei mal je nachdem wie schnell das jetzt geht ich glaube einmal ach das nervt das nervt hier also zwei sachen schon wenn die ladezeiten nicht so werden und man neu schauen können werde schon premium und noch geiler wäre es wenn man die jetzt vielleicht nicht mehr aber wenn man die flugsteuerung invertieren können beziehungsweise ja hoch ist hoch und das wort geht ja leider nicht ich bin gegen gekommen habe ich schaden gekriegt so alles gekriegt das heißt aber nichts man kann zum schluss noch viel verkacken und hier ist auch viel scheiße zum einsammeln ich habe den eigentlich habe ich den eingesammelt ne habe ich nicht gekriegt habe zwei habe ich verlebt oh gott das war knapp zum glück noch nirgendwo gegen glaube ich aber zwei habe ich verfehlt das war wirklich so simpel eigentlich ja da bin ich da bin ich nicht gegengeflogen vergesst du also zweimal bin ich jetzt gegengeflogen also zweimal gegengeflogen zwei ausgelassen da habe ich eigentlich eingesammelt scheiße eigentlich bin ich da durchgeflogen loll muss jetzt den drachen laden ach bin gestorben ist es jetzt gut oder schlecht weiß ich jetzt noch nicht nein man darf nicht weil man anscheinend gestorben und darf nicht sterben ich glaube ich hätte es vielleicht geschafft dann aber den ganz rechts außen zum schluss ein davon kriegt man nicht aber dann bin ich anscheinend gestorben gut okay ja ich werde es glaube ich auf screen dann versuchen vielleicht vielleicht doch nicht keine ahnung ja ich hoffe es hat euch auf jeden fall gefallen wird ja lasst ein kostenloses abo da aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen und ich bin raus tschau є 很 on And may the Force be with ya Always